Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser Herzlich Willkommen ihr Lieben zu einer neuen Soloshow und heute soll es darum gehen, wie könnt ihr euer Projekt in die Umsetzung führen. Und mal so ganz unter uns, wir kennen das alle, wir haben irgendwie ein tolles Thema, das wir glauben, das beschäftigt uns schon seit Wochen, seit Monaten. Und jetzt soll es endlich losgehen, ihr habt einfach Lust, ihr habt jetzt auch die Zeit, das anzugehen, das Thema und ihr habt es noch niemandem erzählt. Und irgendwie keimt in euch so dieser Gedanke, hoffentlich schaffe ich es, es wirklich auch durchzusetzen bei den Leuten, die es am Ende vielleicht sogar finanzieren oder entscheiden müssen. Und ich möchte euch heute so eine kleine Faustformel mitgeben, wie ihr es schaffen könnt, dass letztendlich die Entscheidung positiv ausfällt und dass die Investitionen in euer Projekt fließen werden. Das ist jetzt relevant zum Beispiel im Unternehmen, egal ob ihr auf Geschäftsführungsebene, Vorstandsebene oder auf Führungskräfteebene unterwegs seid oder auch ein Startup habt. Diese Faustformel ist universell einsetzbar und beschreibt in drei Phasen, wie ihr es schaffen könnt, Befürworter des Projektes zu finden. Die Faustformel funktioniert wie folgt. Diese drei Phasen sind beschrieben mit Klingeln, Klopfen, Tür eintreten. Phase 1, Klingeln. Wir evaluieren in dieser Phase, die Evaluierungsphase, erst einmal, inwieweit haben wir nur eine fixe Idee? Haben wir uns vielleicht verliebt in ein Projekt, was überhaupt nicht umsetzbar ist oder was gar kein konkretes Problem löst? Oder sind wir auf etwas gestoßen, haben wir eine Lösung gefunden, die tatsächlich das Problem im Unternehmen löst oder eine neue Perspektive eröffnet? Und in dieser Evaluierungsphase nehmen wir Kontakt auf mit Mitarbeitern, mit Kollegen, mit Verantwortlichen, die mit diesem Problem, was wir lösen, wirklich konfrontiert sind. Also ich setze natürlich jetzt voraus, dass eure Lösung, euer Projekt tatsächlich ein Problem löst. Und wenn ihr mit diesen Personen sprecht, sprecht nicht über eure Idee. Es ist noch viel zu früh. In der ersten Phase evaluieren wir erst einmal, inwieweit haben wir das Problem tatsächlich verstanden und können wir unsere Lösung wirklich anbieten, um diese Probleme oder das Problem zu lösen. In dieser Phase ist es extrem wichtig, dass wir aufgeschlossen sind und dass wir nicht versuchen, unsere Gesprächspartner von irgendetwas zu überzeugen, sondern dass wir versuchen, durch Fragen oder auch eine spezielle Fragetechnik versuchen zu verstehen, haben wir das Problem wirklich erfasst und könnte unsere Lösung tatsächlich dazu beitragen, dass das Problem behoben wird. Phase 2 ist dann Klopfen. Das heißt, mit den Erkenntnissen aus Phase 1 gehen wir dann zu Schlüsselpositionen oder zu Schlüsselpersonen im Unternehmen und versuchen herauszufinden, inwieweit können wir sie für unsere Idee begeistern. Das heißt, wir erzählen diesen Personen erst einmal, was in unserer Evaluierungsphase rausgekommen ist, dass wir gesagt haben, hey, wir haben ein Problem identifiziert, ich habe schon mit ein paar Mitarbeitern gesprochen, die können das bestätigen, wenn ich es richtig verstanden habe und da brauche ich einfach nochmal deine Meinung dazu, ist das Problem wie folgt zu beschreiben und ich hätte folgenden Lösungsvorschlag. Ich würde aber gerne irgendwie deine Meinung dazu hören, ob dieser Lösungsvorschlag auch aus deiner Sicht das Problem lösen kann oder ob du noch eigene Ideen hast. Das heißt, sehr wertschätzend mit diesen Leuten umzugehen, um sie letztendlich als Befürworter des Projektes zu gewinnen. Sie sind die Multiplikatoren, damit du am Ende nicht alleine in der Verteidigung deiner Lösung stehst, sondern hinter dir wirklich Leute hast, die wichtig für dich sind. Was sind das für Leute? Das sind Leute, die an strategisch wichtigen Positionen sitzen, die zum Beispiel Teilentscheidungen tragen, Controlling zum Beispiel oder zentraler Einkauf zum Beispiel oder jemanden, der das Budget generell verteilt oder verwaltet, der vielleicht ein Abteilungsleiter ist, der das Problem tagtäglich selbst auf dem Tisch hat. Das sind wichtige Personen, aber auch Personen, wo ihr von vornherein wisst, dass Veränderungen immer auch in diesen Personen Angst auslösen, weil alte Prozesse, gewohnte, gelernte Prozesse morgen keine Gültigkeit mehr haben und die Neues eher nicht so aufgeschlossen gegenüberstehen. Also auch diese Leute abzuholen und für euch zu gewinnen, die gegebenenfalls querschießen könnten, wenn das tatsächlich in die Umsetzung gehen soll, weil auch dann ist euer Projekt noch gefährdet. Also sucht euch ganz bewusst die Leute aus, bei denen ihr an die Tür klopft. Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Was ich mit dem Markenrebell und über 70.000 Hörern pro Monat bereits erfolgreich geschafft habe, möchte ich nun mit dir teilen. Da mein Kalender ständig überfüllt ist und ich mit Leuten arbeiten will, die wirklich in die Umsetzung kommen wollen, sind meine Zeitfenster begrenzt. Bewirb dich also jetzt gleich für meinen Podcast Mastery-Coaching. Mehr dazu unter markenrebell.de slash podcastcoaching. Den Link findet ihr natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. In diesem Coaching werden wir uns ganz intensiv mit dir als Mark und deinem Business beschäftigen. Es gibt Praxis, Praxis und nochmals Praxis. Du kannst mir alle Fragen stellen und alles das, was ich dir erzähle, kannst du sofort umsetzen. Also gib dir als Marke eine Stimme. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Und nun geht es weiter hier. Und die Phase 3 ist die spannendste Phase, das ist das Türeintreten. Was bedeutet das? Wir haben evaluiert und geschaut, haben wir ein Problem entdeckt und haben wir möglicherweise die Lösung dafür. Phase 2 haben wir Befürworter des Projektes gefunden. Und in Phase 3 soll es darum gehen, die Lösung zu präsentieren auf eine eindrucksvolle Art und Weise. Deswegen auch die Analogie des Türeintretens. Wir wollen in einer Präsentation die Lösung so klar und so einfach, so brillant zeigen, dass es nicht nur inhaltlich wertvoll ist für das Unternehmen. Also dass derjenige, der bei der Präsentation dann dabei ist, nicht nur versteht, okay, die Person hat sich jetzt hier, ihr habt euch mit der Aufgabenstellung beschäftigt, ihr habt das Problem verstanden, ihr habt es voll umfassend analysiert und ihr präsentiert eure Lösung. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch formal muss das Ganze einschlagen wie eine Bombe. Das muss Gänsehaut produzieren. Also sucht euch Unterstützung bei Leuten, die euch helfen können, eine wirklich sensationelle Präsentation aufzubauen und das Ganze auch in einer visualisierten Form so professionell rüberzubringen, dass die Befürworter, bei denen ihr angeklopft habt aus Phase 2, stolz sind dabei zu sein. Und versucht diese Leute auch am besten mit einem Foto in eurer Präsentation oder vielleicht sind sie sogar anwesend bei der Präsentation mit dabei zu haben, mit einem Zitat, mit einem Spruch, irgendwas, was sie zu eurer Lösung gesagt haben oder was sie vielleicht sogar beigetragen haben. Und mit dieser Präsentation, mit diesen Gänsehautmomenten, mit diesem professionellen Statement, was ihr abgebt zu eurer Lösung, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass zum Beispiel der entscheidende Vorstand oder das entscheidende Gremium am Ende das Projekt befürwortet und das Projekt finanziert. Und das Ganze hat noch einen schönen Nebeneffekt, denn durch eure professionelle Vorgehensweise, durch eure professionelle und emotionale Präsentation, sorgt ihr auch dafür, dass das Ganze natürlich in euch selbst als Marke einzahlt. Die Leute müssen sich daran erinnern, dass ihr an diesem Tag diese Präsentation gehalten habt und eine wirklich geniale Lösung präsentiert habt. Und je nachhaltiger das Ganze wirkt, desto besser. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Solo-Folge ein bisschen Inspiration geben, Impulse geben, eine kleine Faustformel an die Hand geben, wie man von einer anfänglichen geilen Idee hin zu einem tatsächlich umzusetzenden Projekt kommt. Und würde mich total freuen, wenn wir uns darüber austauschen können, wie ihr das Ganze erlebt habt, ob ihr das mal ausprobiert habt und welche Erfolge ihr damit hattet. In diesem Sinne, ich bin raus, nur das Beste für euch und bleibt rebellisch.